Fokus junger Mensch, präsentiert von Jugend eine Welt, Don Bosco Aktion Österreich. Heute Ghana, von der Straße in die Schule. Thema an der ghanesischen Küste, eine der größten Hafenstädte Westafrikas. Hier lebt Kijani. Er ist elf Jahre alt. Wo seine Eltern sind, weiß er nicht. Er hat sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Früher hat er auf der Straße gelebt und versucht, sich irgendwie durchzuschlagen. Er hat am Hafen Lasten getragen. Er hat gestohlen oder hart bestraft. Manchmal hat er tagelang nichts gegessen. Heute lebt er im Straßenkinderzentrum der Salesianer Don Bosco. Hier lernt er Lesen und Schreiben, Mathematik und Geschichte. Sport und Spiel vermitteln Werte wie Toleranz, Respekt, Disziplin und Fairness. Diese Art der Reintegration ermöglicht Kijani und vielen anderen Straßenkindern schon mittelfristig den Besuch einer öffentlichen Schule und damit ein Leben in Würde, abseits der Straße. Weil auch Kinder wie Kijani eine Chance verdienen. Weil Bildung Armut überwindet. Weil wir weltweit für junge Menschen im Einsatz sind. Brauchen wir Ihre Hilfe. Unterstützen Sie Jugend eine Welt mit Radio Stephansdom. Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Jetzt unter PSK 703 0303 Kennwort Radio Stephansdom oder online über www.radiostephansdom.at